Mundkrebs ist eine ernste Erkrankung, die oft erst in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird. Aus diesem Grund ist es aber erst wichtig, regelma-Eich-Screenings durchzufahren Viertelrenn, um Mundkrebs-Fahr-Ein-Viertel zeitig zu erkennen und zu behandeln. In diesem Video werden wir die Bedeutung des Mundkrebs-Screenings sowie die verschiedenen Verfahren, die dabei verwendet werden, genauer betrachten. Mundkrebs-Screenings sind wichtig, da Mundkrebs oft keine offensichtlichen Symptome aufweist und daher nur schwer zu erkennen ist. Durch regelma-Eich-Screenings kann Mundkrebs-Fahr-Ein-Viertel zeitig entdeckt werden, was die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung erheblich aHHT. Zudem kann ihnen durch das Screening auch Prakanzera-SE-Lasionen identifiziert und behandelt werden, bevor sie sich zu Mundkrebs entwickeln. Es gibt verschiedene Verfahren, die bei einem Mundkrebs-Screening verwendet werden. Dazu gehören die Inspektion der Munderhahle, bei der der Arzt die Munderhahle und die Zunge auf Anzeichen von Krebs- oder Prakanzera-Sennlasionen untersucht. Dara ein Viertel BER hinaus kann auch eine Biopsie durch Gefahr ein Viertel HRT werden, bei der eine kleine Gewebeprobe aus der verdarstigen Stelle im Mund entnommen und im Labor auf Anzeichen von Krebs untersucht wird. Eine weitere Methode, die bei einem Mundkrebs-Screening zum Einsatz kommt, ist die Verwendung von speziellen Tests, um abnormale Zellen im Mund zu identifizieren. Dazu gehören unter anderem der Vizylite-Test und der Toluid-in-Blau-Test, die dazu dienen, abnormale Zellen sichtbar zu machen, die mit Bloa-jem-Auge nicht erkennbar waren. Dara ein Viertel BER hinaus gibt es auch weitere Verfahren, die bei einem fortgeschrittenen Mundkrebs-Screening eingesetzt werden kann in Vizet. b. Die Endoskopie, bei der eine da ein Viertel-Nene flexible Kamera in die Mund-Dahalle eingefahr ein Viertel HRT wird, um genauere Bilder von der betroffenen Stelle zu erhalten. Es ist wichtig, regelma-Eich-Mundkrebs-Screenings durchfah ein Viertel-Renn zu lassen, insbesondere wenn man Risikofaktoren FA ein Viertel-RD-Erkrankung hat. Dazu gehören Rauchen, A ein Viertel BER ma-Eiger Alkoholkonsum, eine schlechte Mundhygiene sowie bestimmte Infektionen wie das humane Papillomavirus, HPV. Insgesamt ist das Mundkrebs-Screening ein wichtiger Bestandteil der Krebsvorsorge, da es dazu bei TraGT, Mundkrebs-FRA ein Viertel zeitig zu erkennen und zu behandeln. Indem man regelma-Eich-Screenings durchfah ein Viertel-Renn-La-SST und auf seine Mundgesundheit achtet, kann man sein Risiko FA ein Viertel-R Mundkrebs erheblich senken. Zusammenfassend La-SST sich sagen, dass Mundkrebs-Screenings eine wichtige Rolle bei der FRA ein Viertel-Erkennung und Behandlung von Mundkrebs spielen. Indem man regelma-Eich-Screenings durchfah ein Viertel-Renn-La-SST und auf seine Mundgesundheit achtet, kann man dazu beitragen, Mundkrebs-FRA ein Viertel zeitig zu erkennen und die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung zu erhauen. Scha ein Viertel ziehen Sie sich und lassen Sie regelma-Eich-Screenings durchfah ein Viertel-Renn, um Ihr Risiko FA ein Viertel-R Mundkrebs zu minimieren. NTE, der Zahnarzt oder Oralchirurg sollte A ein Viertel-BER spezialisierte Instrumente und ausra ein Viertel-Stung werfe ein Viertel gehen, um die Extraktion eines impaktierten Zahns sicher durchzufah ein Viertel-Renn. 5. Professionelle Erfahrung, die Erfahrung und Expertise des Zahnarztes oder Oralchirurgen sind entscheidend, um die Extraktion eines impaktierten Zahns erfolgreich abzuschliaien und Komplikationen zu vermeiden. 6. Nachsorge, nach der Extraktion eines impaktierten Zahns ist es wichtig, die Anweisungen des Zahnarztes oder Oralchirurgen zur Nachsorge zu befolgen, um die Heilung zu FAR'n und Komplikationen zu vermeiden. Fazit Der Weisheitszahnextraktionsprozess ist ein wichtiger Eingriff, der notwendig werden kann, wenn Weisheitszahne impaktiert sind und Probleme verursachen. Die sichere und effektive Entfernung impaktierter Zahnarne erfordert spezielle Techniken, Kenntnisse und Erfahrung, um Komplikationen zu minimieren und dem Patienten maximalen Komfort zu bieten. Indem Zahnerärzte und Oralchirurgen die richtigen Schritte und Techniken befolgen, kann ihnen impaktierte Weisheitszahne sicher entfernt werden, um weitere Probleme und Beschwerden zu vermeiden. Es ist wichtig, dass Patienten mit impaktierten Weisheitszahnen regelmaarige Zahnarztbesuche wahrnehmen und ihre Zahnarzt-Ni-GAA in viertländlich pflegen, um magliche Komplikationen zu vermeiden. Zahnarzt-Ni-GAA in viertländlich pflegen, um die Zahnarzt-Ni-GAA in viertländlich pflegen,